Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und wie ihr seht, wir haben heute World War II Panzer Claws. Das Spiel habe ich schon, das weiß ich. Und zwar einmal hier unten. Ne, es ist ohne, ohne, ohne es. Es ist bestimmt, es ist ganz garantiert, es ist jetzt ein anderes Spiel. Ich teste das jetzt aus. Es ist hundertprozentig, es ist ein anderes Spiel, weil World War II Panzer Claws ist ein ganz anderes Spiel als das. Nein, es ist es nicht. Gönnt euch also gerne den Key, wenn ihr ihn so rechtzeitig gesehen habt. Und dieses Spiel hier, das hatte ich auch schon mal in einem Video, glaube ich. Weil das hatte ich auch durch so einen Staff bekommen. Von 2004. Wie so ein zweites Weltkriegs, keine Ahnung was, nachgemachtes Spiel hier in solcher Grafik. Wobei man könnte ja denken, ja, das sieht ja gar nicht immer so schlecht aus hier, aber so sieht es dann aus, das Spiel. So sieht es aus. So und nicht anders, ja. Kostet normalerweise ganze 5 Euro. Komplett überteuert für so ein altes Spiel. Hatte wenigstens Sammelkarten. Und was soll ich sagen, ich werde es nicht spielen. Ich habe es auch nicht gespielt. Auch wenn ihr 1,6 Stunden spielt, das habe ich nur für die Karten gemacht. Aber ich werde es nicht spielen. Also, bis zum nächsten Mal.